Wo kommt die Musik her? Hiervon. Uh, sie spielt kein Football mehr. Sie fährt. Oh, das war gemein. Habt ihr das gesehen? Der wurde runtergeschubst. Oh. Nicht gut. Ah. Aber sie kann Gitarre mal spielen. Nein, sie soll Gitarre spielen. Achso, die Gitarre. Das war eine optische Täuschung. Hallo. Putschi, Putschi, Puh. Putschi, Puh. Putschi, Putschi, Puh. Okay, ich bin eindeutig verrückt heute. Ich glaube, das liegt daran, dass Wochenende ist. Yeah. Oder zumindest ist es zu der Zeit, wo ich aufnehme, ist Wochenende. Yeah. Ach, ich würde auch gerne mal Gitarre spielen. Nochmal. Mal wieder. So, mal wieder. Mal wieder. Ich muss mal wieder neue Lieder finden, die ich auch spielen kann. Was? Angeekelt? Warum? Why you are so angeekelt? Hm. Keine Ahnung. So, jetzt geht er aufs Klöchen. Und, äh, was? Was? Warum ist alles weg? So, die haben wieder Geld. Dann werde ich jetzt mal gucken, ob wir uns nämlich einen kleinen Pool zulegen können. Oh, das ist so teuer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum ist das so teuer? Ich glaube, dann nehme ich noch das hier. Oh Gott, das ist teuer. So. Ich glaube, das andere muss erst mal warten. Das, das, das bleibt jetzt nicht so. Das wird noch schön gemacht. Keine Sorge. Aber erst mal haben die jetzt einen Pool. Dann kann sie nämlich mal benutzen hier. Und er hat sowieso Langeweile, also kann er auch schwimmen gehen. So. Glückwunsch, Lidl hat für die Fähigkeit Gitarre soeben Level 2 erreicht. Yeah. Und er schwimmt. Und sie geht auch rein. Und sie geht auch rein. Ich mache heute nur Fotos. Das stimmt. Ich freue mich schon total aufs Sommer, wenn man dann auch wieder schwimmen gehen kann. So, hat sie denn irgendein Buch bei sich? Schneeflocke Spezial. Hm. Regal öffnen. Was haben wir denn da? Geschicklichkeit, Kochen, Logik. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Dann kann sie sich nämlich hier hinsetzen. Was? Was? Was machen die? Das ist ja cool. Wir haben gerade unsere schöne Sitzecke eingeweiht. Ich würde ja jetzt gerne das Erweiterungspakt die vier Jahreszeiten oder so mitnehmen. Weil es ist irgendwie jetzt regnet's gerade, wenn ich aufnehme. Und hier drin im Computer oder im Bildschirm ist es richtig schönes Wetter. Und da habe ich total Lust, gerade hier in den Garten zu gehen und zu lesen oder zu schwimmen oder was weiß ich. aber leider habe ich keinen Garten. Nur meine Eltern haben den Garten. Aber meine Eltern sind ja bekanntlich in einer anderen Stadt als ich. Ah! Na gut. An Ostern werde ich bei ihnen sein und dann kann ich das auch machen, wenn schönes Wetter ist. Und die spielen schon wieder. Das ist richtig toll. So, können die noch irgendwas machen? Nass spritzen? Spritz mal nass. Was? Der hat einen Streifenwagen in der Tasche? Boah. Na, geh ran. Ja, klar. So, er telefoniert. Die Kleine schwimmt. Ach, ich habe jetzt wirklich total Lust in den Garten zu gehen. Also, natürlich nur bei schönem Wetter. Aber boah, ist das schön. Ein kleiner Familienausflug in den Garten. Ja, ich mache heute nur noch Screenshots. Screenshots. So, sie hat ein bisschen Hunger. Ah, sie können ja dann auch grillen. Oh! Haha. Ja, sie machen einen schönen Familien Gartentag. Ach ja. Was will sie machen? Kunstgalerie besuchen? Okay. Mord in schönsichtigen Nesen. Ja, mach mal. Ich muss sagen, ich finde die Sitzecke richtig toll. Wirklich, 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 wirklich. Ah, ich muss mal kurz was gucken. Dum, dum, dum. War das hier? Nee. Ich suche gerade was. Ah, ich glaube nicht, dass es hier war. Draußen. War das hier? Gartendeko? Nee, ich glaube nicht. War das hier? Ja, hier war das. So. Das macht nämlich, glaube ich, wirklich sehr viel Spaß. Hm, was haben wir noch? Schaukel? Nee, das, 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 nee. Gut. Das muss erst mal reichen. Warte, haben wir Geld bekommen? So, mit Sprenklerspielen. Jetzt zeige ich euch nämlich was, was ich vorhatte. Das habe ich früher als Kind auch immer gemacht. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Da wollte ich doch am liebsten wieder in die Kindheit zurückreisen. Denn wir haben das eigentlich fast nur gemacht. Ja, genau das. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ich schwebe gerade in Erinnerung. So, die beiden lesen. Ja, das ist schön. Na gut, okay. Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. So, sie haben nämlich bald Hunger und dann kann sie nämlich Mittagessen servieren und Hotdogs. Dann grillen sie. Sie grillen. Ja, sie grillen, grillen, grillen. Und sie grillen. Ja, sie grillen. Sie wollen grillen. Ich bin schon wieder verrückt, weil ich singe. Es tut mir so leid, wenn das auch nicht ganz so schön klingt. Okay. Ich glaube, ich könnte stundenlang der hier zugucken und in Erinnerung schweifen. Ach, ja. So, sie bereitet vor. Oh, jetzt ist es ausgegangen. Sitzen. Sitz. Glückwunsch! Lenin hat für die Fähigkeit zu kochen so im Level 3 erreicht. Yeah. Das ist wirklich sehr schön. Hm. Dann grill mal. Versuch dein Glück. Was? Sie will malen gehen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Dann geh lieber nochmal angeln. Geh mal angeln. Im Swimmingpool. So. Schon fertig? Dann kannst du das mal aufräumen. Dein frittiertes Sandwich, was du schon seit Wochen mit dir rumträgst. Oi. Nein. Uh, die Hot Dogs sind fertig und sehen sogar gar nicht mal so schlecht aus. Gut, dann kann sie das angeln lassen und sich einen Teller nehmen. Ach ja, schön. Gemeinsames Essen. Sie verschluckt sich gleich mal. Es tut mir leid, dass ich immer so Bilder mache, aber ich hab mal was vor. Ich hab was vor. Ja. Auf Toilette gehen. Na gut, mach das mal. Was? Tege Kontra putzen. Das ist ja schön. Videospiele spielen. Nee, du kannst die Reste erst mal wegstellen, wenn du gleich mal reingehst. Computerspiele spielen. Hat sie nicht noch ein Buch zu schreiben? Genau, Donnerstag 1.0 schreiben. Das kann sie ja mal machen. Okay. 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 Und was will der putzen? Ach, hier.